Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil. Diesmal gehe ich ein bisschen anders vor, damit das zeitlich etwas schneller geht als beim letzten Video. Sie haben ja jetzt eh schon gesehen, wie man so Dinge erstellt an zwei Beispielen. Ich habe jetzt schon vorbereitet eine Aufgabe Binome und Verwandtes und die werden wir gleich benutzen, um uns anzusehen, wie das mit den mathematischen Ausdrücken funktioniert. Damit meine ich Terme. Schauen wir uns dieses Beispiel mal an. Ich starte mal mit der ganz normalen Vorschau. Den Sinngehalt dieser Aufgaben diskutieren wir jetzt mal nicht, aber hier soll man ausmultiplizieren und faktorisieren mithilfe der binomischen Formeln. Und ja, da würden wir zum Beispiel hier ja erwarten, dass da sowas rauskommt wie 4x² plus 2 mal 5 ist 10, beziehungsweise dann ja nochmal 2, 20x plus 25. So, Sie sehen hier schon einen Vorteil. Wenn man das eingetippt hat, kriegt man noch eine schöne Vorschau und sieht dann, ob man auch das eingetippt hat, was man eigentlich eintippen wollte. Hier oben haben wir den Hinweis. Jetzt auf Abschnitt einreichen gehe, kommt, das passt. Im Prinzip könnte man auch so einen Term 4x, das Exponentenzeichen plus 20x plus 25 in Moodle eingeben lassen. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel hingeht und ich weiß auch nicht warum, aber der schreibt hin 25 plus 4x² plus 20x. Dann ist das ja erstmal auch nicht falsch. Und das wird ja auch als richtig erkannt. Es wird also eine algebraisch gleichwertige Lösung erkannt. Jetzt könnten Sie sagen, ja, dann schreibe ich halt gleich wieder hin 2 mal x plus 5 zum Quadrat. Das ist ja auch gleichwertig. Ja, das wird ja auch als gleichwertig erkannt. Aber dann steht hier, Ihre Antwort ist nicht im richtigen Format. Es wurden Ihnen die zwei Punkte wieder abgezogen. Und das ist ja auch Absicht, weil ausmultipliziert ist das nicht. Wie macht man sowas? Nun, in Numbers gibt es zwei Stellen, an denen bei so einem mathematischen Ausdruck die Eingabe überprüft wird. Einmal bei der eigentlichen Lösung. Dort sind dann algebraisch gleichwertige Lösungen akzeptiert. Und sowas wie 2x plus 5 Quadrat ist natürlich algebraisch gleichwertig zu 2 mal x plus 5 zum Quadrat, beziehungsweise auch zu dem ausmultiplizierten Term. An einer anderen Stelle kann man dann über sogenannte Regular Expressions aber kontrollieren, dass die Eingabe eine bestimmte Form hat. So, grau ist alle Theorie. Wir gehen einfach mal in das Beispiel rein und schauen uns das an. Wie ist das gemacht? Das ist hier wieder angelegt als Gap Fill und die Lücke ist vom Typ Mathematical Expressions. Jetzt sehen Sie hier, habe ich was hingeschrieben, dass was ausmultipliziert werden soll, in den geschweiften Klammern, also war a, c dot x plus war b ist gleich. So ist das hier eingegeben worden. Jetzt gehe ich da nochmal drauf. Also a und b sind Variablen. Die holt er sich wieder aus dem Bereich Variablen und a und b sind bei mir wieder irgendwelche Zufallszahlen. Ist gar nicht so entscheidend. In meinem Fall nur der Einfachheit halber jetzt erstmal einfach positive Zahlen und sogar natürliche Zahlen. So, jetzt gehen wir mal wieder in den Part rein und jetzt kommt die Lücke Binom. Und in der Lücke Binom steht jetzt einmal die Lösung wieder parametrisiert. Also ist die richtige Lösung a² x² plus 2abx plus b². Überall, wo hier geschweifte Klammern stehen, setzt Numbers dann die Werte dieser Variablen a und b ein. Damit sind wir aber noch nicht fertig, weil jetzt würden alle algebraisch äquivalenten Terme zu diesem Term auch akzeptiert werden. Also zum Beispiel auch, wenn da jemand hinschreiben würde, zweimal fünfmal sechs getrennt. Oder wenn da jemand hinschreibt, plus a halbe x² plus nochmal a halbe x². Und wenn sie das nicht wollen, und das will man bei mathematischen Ausdrücken in der Regel nicht, dann kann man zusätzliche Restriktionen angeben. Und da ist jetzt die Syntax so vielleicht nicht super, super intuitiv. Schauen wir uns das mal an. Das läuft so. $n, was hier steht, beschreibt eine Zahl. Also da steht, am Anfang soll eine Zahl stehen, dann kommt ein Mal, das wird hier unten gar nicht interpretiert, aber mal irgendeine Variable, also v, das steht hier als Name, zum Quadrat plus irgendeine Zahl mal die Variable. Das wird hier interessanterweise so brav interpretiert. Und dann dahinter nochmal eine Zahl. Und so sieht ja so ein Term aus, den wir haben. Also die Form von so einem ausmultiplizierten Binomen ist ja Zahl mal Variable plus Zahl mal Variable plus Zahl. Wenn sie in den ersten Term von dem Binomen eine Variable hereingegeben haben. Das Interessante ist noch, diese Pattern Restriction ist intelligent genug, das auch noch zu akzeptieren, wenn die Reihenfolge dieser einzelnen Terme, die hier durch plus getrennt sind, umgedreht sind. Aber zum Beispiel, was nicht akzeptiert wird, wenn einfach außen Klammern drum sind und da außen ein Quadrat, das wird dann automatisch als falsch erkannt. So funktioniert das mit dem Pattern Matching dieser mathematischen Ausdrücke. Da schreibt man, muss man sich eben überlegen, wie sieht die Form in dieser Regular Expressions Form aus. So, das ist ein bisschen Arbeit verbunden. Diejenigen von Ihnen, die Informatik auch studieren, werden das aber kennen. Und da gibt es auch super Tutorials und so zu. Müsst ihr einfach mal bei Google Regular Expressions suchen, dann wird Ihnen da geholfen, beziehungsweise auch hier, wenn man oben bei Numbers auf Hilfe geht, gibt es da auch einige Hilfestellungen zu. Und was man auch sehr empfehlen kann, bei Numbers, wenn Sie direkt auf die Hauptseite gehen von Numbers, das kann ich vielleicht mal gerade zeigen, dann ist hier, wenn Sie auf See a Demo klicken, dann kriegen Sie auch alle möglichen mathematischen Fragetypen angezeigt und da sind auch einige zu den mathematischen Ausdrücken, wo noch weitere Beispiele für solche Erkennung von mathematischen Ausdrücken dabei sind. So, wir schauen uns aber erstmal nochmal die anderen Teilaufgaben hier von meiner Aufgabe an. So, was ist die Besonderheit bei dieser zweiten Teilaufgabe? Die sieht man jetzt so einzeln noch nicht. Man sieht hier minus 2y minus 1 in Klammern zum Quadrat. Aha, da ist auf jeden Fall mal was mit Minus drin. Die Besonderheit sieht man eigentlich erst, wenn ich ein paar Beispiele durchprobiere. Jetzt habe ich auch noch Minus und Minus. So, das ist jetzt der übliche Herzeige-Effekt. Jetzt haben wir mal ein Beispiel. Also, hier ist das offenbar so, dass das Vorzeichen variieren kann und wenn man sowas haben will, muss man ein bisschen aufpassen. Also, hier konnte ich ja noch brav hinschreiben, die 2, die kommt eigentlich aus der Variable a, das 1 kommt aus der Variable b, aber wenn ich zum Beispiel bei dem 1 hier hinten sagen würde, das kann auch Minus 1 werden, dann möchte ich natürlich nicht, dass dann nachher sowas angezeigt wird wie 2 mal x plus Minus 1, sondern dann soll da ja wirklich stehen, so wie hier 6 minus 2y. Das hätte ich ja, glaube ich, ganz gerne. Gut, schauen wir mal an, wie das gemacht ist. Vielleicht doch mal zum Vergleich. Hier habe ich einfach geschrieben Variable a mal x plus Variable b in Klammern zum Quadrat. Wie habe ich das bei b gemacht? Da sieht man jetzt erstmal nichts, da ist jetzt hier außen noch so eine Klammer drum, da muss ich wirklich mal schauen, ah, wie hat der das hier reingeschrieben? Und die Besonderheit, was man benutzen kann, was Sie vielleicht auch kennen von Computer-Algebra-Systemen, ist der Simplify-Befehl. Hier steht Simplify und hier innen steht jetzt drin a2, das ist hier wieder meine Variable, a2 und b2 sind Variablen und wenn man mal reinschaut, a2 ist bei mir immer negativ, da ist einfach das Negative von a und b2 kann negativ oder positiv werden. Und wenn ich jetzt hier nochmal reinschaue, steht hier Simplify a2 mal y plus b2. Und der Simplify-Befehl führt eben dazu, dass wenn da jetzt beim b2 ein Minus ist, wird aus dem plus b2, wird dann also wird dann ein automatisch ein plus minus, meinetwegen 4, wird automatisch ein minus 4. Simplify hat noch den anderen Effekt, den man hier auch sehen kann, da wird immer die Sache mit der Variable nach hinten geschrieben. Kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen und ich mag ja eigentlich auch ganz gerne zwischen Zahlen und Buchstaben noch so ein Malzeichen, das kriegt man mit dem Simplify leider nicht hin. Das ist der kleine Nachteil. Ansonsten funktioniert die Aufgabe wieder h genau gleich. Wenn ich in die Lücke hereingehe, sehe ich hier wieder, habe ich hier wieder meinen Term einverstehen, a2 hoch 2 mal y, dann kann ich hier nochmal reinschreiben, dann sieht man es besser, mal y Quadrat plus 2 mal a2 mal b2 mal y plus b2 in Klammern zum Quadrat. So, auch hier werden wieder alle algebraisch gleichwertigen Terme akzeptiert und in diesem Fall muss ein bisschen aufpassen, damit das hier funktioniert, weil manchmal negativer sein kann, schreibe ich hier Zahl mal Variable zum Quadrat plus und dann plus minus irgendeine Zahl mal wieder Variable plus irgendeine Zahl. So, und wenn Sie jetzt zum Beispiel überall Variablen hätten, müssten Sie zum Beispiel auch schreiben Variable mal Variable, wenn Sie in, sagen wir mal, Sie würden, gehen wir mal in den Gap hier rein, wenn Sie hier nicht schreiben würden a2 mal y plus b2, sondern hier auch noch ein z-Stände, da müsste man das hier hinten bei dem, bei dem Restrictions eben entsprechend anpassen. Gut, schauen wir uns vielleicht noch das dritte Beispiel auch noch an, was noch dabei ist. Hier ist jetzt genau das Umgekehrte, da nehme ich d Quadrat und c Quadrat her, sind wieder meine Zahl Variablen, für die ich Einsätzen habe, c ist 2, 3, 4, d kann 1, 5 oder 6 sein, mal wieder in den Part rein, mal z Quadrat ist gleich Binom, also hier ist genau die umgekehrte Rechnung, da soll man so ein a Quadrat minus b Quadrat in a plus b mal a minus b umwandeln. So, auch hier ist das wieder so gemacht, hier steht die übliche Form, in der man das kennt, also d minus c mal z mal in Klammern d plus c mal z, wäre die Lösungserwartung und auch hier brauchen wir eben wieder diese Restrictions, das sieht jetzt hier so aus, dass ich habe eine Klammer, in der steht number minus number mal name, name meint immer Variable, ist hier das v und number plus number mal name und da ist ja auch wieder intelligent genug, also die beiden Klammern darf man dann schon vertauschen, dann hat das immer noch dieselbe Form, das können wir gleich mal ausprobieren, das ist egal, in welcher Reihenfolge man das da mit dem Plus und dem Minus schreibt. So, ich generiere mir gerade mal wieder eine neue Aufgabe, faktorisieren Sie 36 minus 16 mal z Quadrat. Okay, jetzt schreibe ich das mal absichtlich besonders kompliziert, um zu gucken, ob alles mögliche erkannt wird. 6 minus 4z könnte ich in die eine Klammer geben und in die andere Klammer schreibe ich jetzt 4z plus 6. So, also schreibt die z immer nach innen, was eigentlich nicht meiner ursprünglichen Formatierung entspricht. Gut, dann schauen wir mal, was er da macht und da wird das erkannt. Also, der ist intelligent genug, selbst bei dem Pattern Matching, wenn Sie das hier sehen, ist er immer noch intelligent genug zu erkennen, dass das Vertauschen dieser beiden Terme nichts ändert, dass das Vertauschen dieser beiden Terme nichts ändert und dass es auch egal ist, ob ich zuerst die Klammer mit dem Plus oder zuerst die Klammer mit dem Minus stimme. Solange nur grob diese Form hinhaut, also solange man diese Elemente hat, außen zwei Terme, die miteinander in Klammern multipliziert werden und innen drin einmal Zahl minus Zahl mal Variable und einmal Plusvariable mal Zahl plus Zahl ist alles in Ordnung. Also jede Umdrehung, die ich hier innen drin mache, 6 plus 4z wird als korrekt erkannt oder wenn ich die Reihenfolge der beiden Klammern ändere, wird das auch noch als korrekt erkannt. Fehler kann ich aber erzeugen, wenn ich hier sowas reinschreibe wie 3 plus 3. Das wäre nicht vollständig vereinfacht und da kriege ich dann auch den Abzug, weil wenn ich so anfange, sowas zu erlauben, dann könnte ich auch gleich wieder direkt 36 minus 16 mal z Quadrat da reinschreiben. So, und dann, so soll es ja nicht sein. Also was ich über die Regular Expressions tatsächlich erzwingen kann, ist, dass die Eingabe ein bestimmtes Format hat, aber es ist dann noch immer sehr flexibel, welche Umstellungen da erlaubt sind und damit sehr viel besser zu verwenden, als wenn wir hier eine echte Texteingabe machen würde, wo schon, wenn jemand mal z und ohne mal z schreibt, dass zwei verschiedene Fälle sind, die sie in so einem normalen Moodle-Test dann alle als richtige Antworten kodieren müssen. Also da haben sie wirklich massive Vorteile. So, jetzt gucken wir uns mal noch die letzte Teilaufgabe an, die diesmal dazu gut zu zeigen, dass man auch gar nicht immer die Restriktionen braucht. Hier sollen wir die erste Ableitung bestimmen von 3x hoch 3 plus 12x Quadrat plus 16 mal x. Ja, das ist ja eigentlich relativ leicht, also 9x Quadrat plus 24x plus 16. So, Abschnitt einreichen, habe ich richtig gemacht, wunderbar. Ja, und jetzt, wenn ich sie vorher schon die ganze Zeit so mit Binomen getriezt habe, warum heißt diese Aufgabe wohl Binome und Verwandtes? Naja, man könnte ja hier unten erkennen, dass hier eigentlich auch ein Binom steht. An sich steht hier 3x plus 4 in Klammern zum Quadrat. Und wenn wir jetzt mal den Abschnitt einreichen, sehen wir, auch das wird erkannt. Also manchmal braucht man auch diese Restriktionen über das Padding und Unmatching gar nicht, sondern es reicht wirklich, sämtliche algebraischen Umformungen als korrekt zu erkennen. Nachteil ist jetzt hier, bei dieser Aufgabe würde zum Beispiel auch sowas als korrekt erkannt werden, was ja auch nicht falsch ist, nur reichlich dämlich hingeschrieben. Ich könnte jetzt auch hingehen und ziehe dann einzelne Sachen aus der Klammer raus. Aber wenn es mir hier nur darum geht, dass das die Ableitung ist, dass die Ableitung korrekt bestimmt ist, dann müsste man ja sagen, naja, selbst wenn jemand sowas hinschreibt, hat er ja vielleicht die Anforderungen erfüllt. Also wenn ich keine weiteren Angaben mache, werden wirklich sämtliche algebraisch gleichwertigen Lösungen akzeptiert. So, schauen wir uns auch da noch mal an, wie das gemacht ist. Das ist wieder ein Gapfil. Wir haben ja, das ist vielleicht noch interessant, hier haben wir wieder diese Vereinfachung drin stehen. Ich dividiere hier b² geteilt durch 3 mal x hoch 3, damit ich dann nachher halt beim Ableiten das genau wegkriege und dann das b² stehen bleibt. Und da mache ich das wieder so, also hier innen drin, was in wahr steht, wird ausgerechnet und angezeigt werden soll, dass das aber wieder als gemeiner Bruch. Und dann hier wieder Variable A mal B. Wenn ich nicht, wenn ich schreiben würde Variable A mal Variable B, dann würde tatsächlich auch bei dem Getächten dann das Malzeichen und so alles drinstehen. Wenn ich sozusagen innerhalb eines, einer Klammer schreibe Variable A mal B, dann erzeuge ich tatsächlich das Produkt und da wird dann wirklich die entsprechende Zahl angezeigt. Also hier vielleicht nochmal, sehen Sie, da wird dann da die 10 angezeigt und nicht A mal B. Ja, und da natürlich brauche ich die 2 nicht davor schreiben, die kommen vom Ableiten und hier hinten haben wir halt das a² stehen, weil beim Ableiten dann das x ja wegfällt. So ist das hier gemacht und für das Binom ist das tatsächlich so, dass ich als Lösung, als korrekte Antwort sogar diesen faktorisierten Term angegeben habe, aber der ausmultiplizierte Gleichwertige wird dann eben auch als richtig erkannt, weil ich hier gar keine weiteren Restriktionen eingegeben habe. Und damit ist im Grunde genommen aus meiner Sicht schon das Wichtigste gesagt, was man wissen kann zu diesen Aufgaben mit algebraischen Eingaben. Damit können Sie einiges machen. Ich denke mal, damit kommen Sie eigentlich in Oberstufe und Unterstufe der Schule sehr gut aus, so ziemlich alle Aufgabenstellungen, die man da in der Algebra bearbeiten kann, mit Lösungen anzeigen zu lassen. Einzige, was uns vielleicht noch fehlt, wäre Vektoren und Matrizen. Aber das machen wir dann in einem weiteren Video.